Wir machen heute einen Weißkohl im Backofen geröstet. Dafür schneide ich den Weißkohl in Scheiben etwa 2-3 cm dick. Die Scheiben lege ich auf ein Backlicht, das habe ich vorher mit Backpapier ausgelegt. Ich reibe das jetzt mit einer Knoblauchzehe etwas ab. Alternativ könnte man sie auch durchdrücken durch eine Knoblauchpresse und dann mit dem Öl, das dann auch noch drauf kommt, vermischen. Wir geben jetzt ein gutes Olivenöl drauf und pinseln das ein bisschen drüber. Daher kommen dann auch die Points. Ein Teelöffel Olivenöl hat ja ein Point, ein Smart Point oder ein Pro Point. Das ist für beiden gleich. Wer noch mehr Points oder Kalorien sparen möchte, der kann hier auch so ein Olivenöl-Spray zurückgreifen. Das sprüht sehr fein. Ich probiere es mal bei einem aus. Und ich denke, da könnte man mit einem Teelöffel über den ganzen Kohlkopf. Aber da wir ja außerdem jetzt nichts mehr essen, machen wir das mit dem guten Olivenöl. Das Olivenöl-Spray haben wir kürzlich bei Aldi gekauft. Jetzt kommt noch etwas Pfeffer und Salz drauf. Das Ganze kommt jetzt bei 200 Grad in den Backofen. So sieht es jetzt etwa nach 40 Minuten aus. Der Kohl ist schon schön weich und die äußeren Blätter sind zwar etwas dunkel geworden, aber die kann man ja dann wegnehmen. Die Points ergeben sich aus dem Öl, das man drauf tut. Das kann mal mehr oder weniger sein. Das kann man auch ein bisschen danach entscheiden, was man vielleicht schon gegessen hat an dem Tag. Das ist auf jeden Fall mal ein Abendessen, bei dem man echt Points sparen kann. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, abonniert uns doch bitte. Tschüss! 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 Mu**